Ja, ich bin Sarah, ich bin 26, komme aus Dresa und ja. Hallo, ich bin der Milan, ich bin 25, ich komme aus Nenzing, aus Vorarlberg und ich mache bei DSDS mit. Also ich bin Albulena Leka und ja, ich mache mit bei DSDS. Ich habe davor einen klassischen Gesang studiert, was eigentlich nicht so meine Welt ist und ja, Poprock ist halt das Wahre. Ich habe schon mal an einem Casting mitgemacht und ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal, ganz spontan. The Voice bin ich gewesen. Ich war jünger und ich bin auch weitergekommen. Also so ist es mir gegangen. Ich freue mich am meisten eigentlich auf den deutschen Sänger, auf «Gseh when I do». Angst in dem Sinne habe ich eigentlich nicht. Also ich will auch die Meinung von den anderen Jurymitgliedern natürlich hören. Also wenn man die richtige Jury sieht, dann natürlich auf den DITAR. So get out of my life, out of my mind, out of the tears we can deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Also ich habe zwei Lieder mitgebracht. Einmal «Dear Future Husband» von Meghan Trainor und einmal «Your Song» von Rita Ora. Dear Future Husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one and only. Okay. Some people hold it all, but I don't want nothing at all. Feeling in you, baby, if I ain't got you, baby.